Und damit begrüße ich euch zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr wundert euch sicherlich, warum wir den heutigen Part in der Neuigkeiten-App, sag ich mal, der Switch eröffnen und nicht im Spiel, kann ich euch sagen. Nämlich gibt es ja, wie ihr vielleicht wisst, verschiedene Kanäle in der Neuigkeiten-App, denen man eben folgen kann und so gibt es auch einen The Legend of Zelda Breath of the Wild-Kanal, dem ich auch folge und wenn man dem denn folgt, dann bekommt man eben aktuelle Neuigkeiten rund um Zelda Breath of the Wild und da hat sich eine Kleinigkeit getan, nämlich verteilt Nintendo Items über diesen News-Kanal. So jetzt zum Beispiel, hier wird beschrieben, dass man auch Hunde in Anstellen zähmen kann sozusagen, also ein bisschen halt sich mit den Anfreunden kann und da gibt es als Items zwei Äpfel und ein Stück Fleisch und wenn man die Software über diesen Link hier startet, dann bekommt man die Items eben und ja, das wird Nintendo jetzt in regelmäßigen, nee, in unregelmäßigen Abständen, so, das wollte ich sagen, machen. Das kennt man ja schon zum Beispiel aus Animal Crossing New Leaf, da war das ja ähnlich, da hat Nintendo auch ziemlich oft, muss ich sagen, irgendwelche saisonalen Items verteilt, was ich sehr cool fand damals. Ähm, ja, und so ist es jetzt auch bei Zelda, es ist, man kann jetzt nichts wirklich Hilfreiches und Tolles erwarten bei diesen Items, die da verteilt werden. Ja, es ist halt eine ganz nette Geste und ja, also in dem Fall bekommt man eben, wie gesagt, zwei Äpfel und ein Stück Fleisch. Ja, das wollte ich euch noch kurz erzählen und dann würde ich sagen, starte ich die Software über diesen Link, dass man auch das tolle, super, mega, große Geschenk dann empfangen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, und damit sind wir im Spiel angekommen und ihr habt es schon gesehen, das Wild und die beiden Äpfel sind vom Himmel gefallen. Und ja, die können wir aufsammeln. Ja, war jetzt nicht so wild, wie gesagt, aber naja, ist ganz nett. Mal sehen, vielleicht verteilt Nintendo irgendwas Größeres irgendwann mal. Werden wir alles sehen. Wir sind auf jeden Fall in Kakariko, denn wir sollen ja jetzt nochmal mit Impa sprechen. Was? Vogelt doch da die ganze Zeit. Was ist das denn? Eine Route. Ne, danke. Kein Bedarf. Ja, wir sind wie gesagt im schönen Kakariko auf dem Weg zu Impa wieder, weil wir ja mit ihr sprechen sollen und ihr erzählen sollen, dass wir eben unseren Chica-Stein völlig aktiviert haben, dass wir das Fotomodul eben im letzten Part aktiviert haben. Und ja, das machen wir direkt. Und ich könnte ja eigentlich mal ein Foto hier von diesem Ort machen. Das fände ich eigentlich ganz nett. Ja, doch, das kommt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es wird natürlich nicht ins Hyrule-Handbuch eingetragen, weil es halt, ja, ein Ort ist. Aber trotzdem, schön ist es auf jeden Fall. Ja, so. Passiert irgendwas, wenn ich den Frost-Statuen hier irgendwie auch noch Äpfel hinlege? Ich probiere es einfach mal. Ich würde mich jetzt gerade mal interessieren. In die Hand. Zwei Stück. Geht das überhaupt? Ne. Verdammt, so. Nein, nein, das habe ich nicht gegessen. So, in die Hand. Und jetzt hier ablegen. Ne, hat wohl nichts gebracht. Egal. Gut, dann kann ich die auch mitnehmen. So, und dann geht es auch direkt zu Impa, die ja hier in dieser wirklich prächtigen Villa haust. Bam, so unterstoßen wir die Tür auf. Was haben wir denn da Interessantes? Aha, untersuchen. Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es so einfach berühren. Du Raudi, du. Gut, okay, das dürfen wir wohl nicht anfassen. Das ist irgendwie ein heiliger Schatz. Gut, reden wir mal mit Impa. Oho. Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Yay, Zeldas Vermächtnis haben wir geschafft. Hm, zeig mal her. Ja, da guck, was wir als schickes Neues haben. Das Fotomodul. Oh, dieses Foto. Diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gerächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, was ich dir dann geben möchte. Neues Hauptziel. Erinnerungsfotos. Okay. Ja. Wir haben... Ne. Falsch, das ist so. Und dann Album. Genau. Dann haben wir hier nämlich schon einige Fotos, die Zelda gemacht hat. Die waren schon von Anfang an hier drauf. Und die können wir uns eigentlich mal durchgucken, weil die sehr schön sind. Hier sehen wir... Das Schloss vielleicht? Das erkenne ich... Doch, das sind doch diese Zwillingsberge da. Da sind wir doch durchgeritten. Das ist doch der Weg nach Kakariko, wenn mich nicht alles täuscht. Muss ja sein. Und schön sieht das aus. Also die ist wirklich eine tolle Fotografin, muss ich mal so sagen. Das kenne ich auch irgendwoher. Also das ist auch... Kenne ich auch hier. Und da ist auch das... Ein Luftschiff links. Interessant. Da waren wir zum Beispiel noch nicht. Das ist so ein Wüstengebiet, was auch sehr schön aussieht. Könnte ich gelöscht werden. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte es eigentlich groß machen. Und dass auch diese... Blauen Streifen verschwinden, ne? Also diese... Ja. Diese blauen Streifen eben. Aber das geht leider nicht. Wir können uns die nur so angucken. Och, das ist sehr schön. Wo könnte das denn sein? Das kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Na gut. Da links ist das Schloss. Also muss es ja logischerweise in der Nähe des Schlosses sein. Oder ist es das Schloss? Oder ist es irgendwas anderes? Hm. Sagt mir jetzt so nichts. Okay, da haben wir nochmal das Schloss. Oder beziehungsweise einen Platz, der in der Nähe des Schlosses ist. Das ist doch... Äh, diese Brücke. Hieß sie nicht großer Bruderbrücke? Oder war das eine andere? Die sind mir doch auch schön geritten. Lang, entlang geritten. Das, das könnte auch das Schloss sein. Oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wo war das nochmal? Das kommt mir doch bekannt vor. Aber nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Da ist ja ganz hinten eine Statue der Gürtchen. Ist das nicht sogar ein Kakariko? Nee. Aber ich bin mir zu 50% sicher, dass wir hier schon mal waren. Also 50-50. Okay, und da ist ein Pferdestatut. Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Das werden wir dann aber wohl sofort erkennen. Ja, das sind so Berge im Hintergrund. So ein bisschen Grand Canyon-mäßig. Aha. Also ist das auf jeden Fall sehr markant. Also da können wir auf jeden Fall nicht einfach vorbeilatschen mit wegen dem Pferd. Das kommt mir doch auch bekannt vor. Ja, wobei, nee. Ist das nicht auch auf dem Weg? Na, Kakariko? Nee. Nee, das ist was anderes. Aber ich glaube, da sind wir auch schon lange gegangen. Ich bin mir nicht sicher. Äh, das ist Wald. Ja, das sieht... Ja. Da kann ich schon gewesen sein. Bin ich mir nicht sicher. Und das ist natürlich die gute Pura hier. Ah, nee. Die habe ich gemacht. Vorsicht. Das ist noch von Zelda. Aber das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ja ein Foto von ihr gemacht. Wollte es ja. Ah, und da wird oben auch immer angezeigt, wo die Fotos gemacht wurden. Das finde ich sehr schön. Ja, da habe ich ein bisschen posiert, ne. Oh, ja. Finde ich sehr schön. Das sind jetzt so meine bescheidenen Aufnahmen. Meine ersten Versuche. Oh, das ist aber schön. Das gefällt mir, das Bild. Das ist ein schönes Bild. Und da rennt so ein alter Mann wie verrückt rum. Und das habe ich eben gemacht. Das finde ich auch sehr gelungen. Ich fotografiere ja auch im echten Leben recht gerne. Ja, also das gefällt mir sehr gut, das Bild. Ja. Kann ich das auch in Zelda ein bisschen ausleben? Gut. Diese Orte müsste ich also jetzt aufsuchen, wenn ich denn die Story weiterspielen möchte. Machen wir auch. Aber für diesen Part habe ich mir einige andere Sachen vorgenommen. Ähm, ich muss mal überlegen. Warum wird mir das immer noch als Ziel angezeigt? Muss ich nochmal mit dir reden? Hä? Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Ah ja, dann können wir nochmal uns das erzählen lassen. Ja. Ich will mich erinnern. Dann wissen wir alles eigentlich. Oder soll ich es mir nochmal anhören? Nee, aber die vier Titanen wissen ja, was das sind. Und dann, äh, ich will mich erinnern, wissen wir auch, was wir da zu tun haben. Wir müssen zu diesen Plätzen gehen. Vor 10.000 Jahren. Ja, wissen wir auch, dass das schon ewig her ist. Mhm. Zelda kämpft bis zum heutigen Tag. Allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten. Niemand außer dir kann Zelda retten. Kann Hyrule retten. Achso, niemand außer dir kann Zelda retten. Kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Ja. Gut. Sie wird mir immer noch als Ziel angezeigt. Aber die hat mir nicht viel Neues zu erzählen. Gut. Ist ja auch irgendwie logisch, dass sie mir noch als Ziel angezeigt wird. Weil es gibt ja praktisch jetzt so viele Ziele. Weil diese ganzen Orte und die soll ich ja selbst finden. Ist also doch logisch. Aber die Startuhr... Nee, es sieht gerade so aus wie die Leuchten. Ist mir nicht der Fall. Ich kann ja jetzt nicht beten, oder? Doch, kann ich. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich will dir neue Kraft gewähren. Doch du besitzt noch keine vier Zeichen der Bewährung. Suche die Schreine in diesem Reich. Und stelle dich in Herausforderungen. Soweit du vier Zeichen der Bewährung empfangen hast, kehre zu mir zurück. Ja, kennen wir. Okay. Doch nicht. Wie viel habe ich eigentlich momentan? Das wüsste ich gerne. Eins. Bisschen mager, würde ich mal sagen. Gut, den Schrein hier oben habe ich ja gemacht. Genau, den habe ich gemacht. Und... Ähm... Genau, das war eigentlich meine Überlegung. Weil dieses eine Foto... Nee, aber das war was anderes. Das habe ich verwechselt. Ich dachte, das wäre hier... Nee, das ist das hier nicht. Gut, ich muss überlegen. Wollte ich noch was in Kakariko? Es war aber eigentlich soweit... Alles. Ich könnte mir neue Pfeile kaufen. Wo war das nochmal? Das war hier, glaube ich, ne? Nee, da ist eine Karotte abgebildet. Ich gehe mal rein. Die ist ja ein bisschen komisch hier mit den Symbolien. Ja, das war hier der Lebensmittelmarkt. Nee, das war falsch. So, da wird ein Köcher angezeigt. Genau, das ist das, glaube ich. Da gibt es doch die Pfeile. Genau. Feuerpfeile. Mhm, ja. Kennen wir. 138 Kubine habe ich. Dann nehme ich doch einfach mal... Ach so. Hä? Also, hier habe ich im Besitz nicht 4 Sets, sondern 4 einzelne Pfeile. Genau, dann machen wir das so. Alle. 40 Kubine, ja. Er hat leider nur 2 Sets. Oder sie, eher gesagt. Kaufen wir noch ein paar einzelne. Ja, kaufen wir noch 10 einzelne. 50 Kubine. Ach, die sind aber teuer, einzeln. 14. Ach, das ist mir schon ein bisschen wenig. Nee, dann kaufe ich mir lieber noch Feuerpfeile. Aber die lohnt es sich wirklich als Set zu kaufen. 80 pro Set. Nee, 80. Hä? Also kostet jetzt ein Set 80? Oder? Weil ich kann mir 2 kaufen. Ich habe 98. Das macht also wenig Sinn. Hm. Ja, ne? Siehste? Ich kann mir also nur 1 leisten. Ja, dann haben wir jetzt wieder 18 Rubine. Gut. Okay. Aber das war es dann soweit. Wir haben Pfeile. Und soweit eigentlich alles, was wir brauchen. Genau. Ich wollte jetzt gerade schon wieder ohne Pferd gehen, aber... Nee, so. Unsere treue Tesla lassen wir natürlich nicht alleine. Da kommt sie langsam an. Gibt's jetzt... Ja, hier gibt's zwei Eingänge, ne? Ich bin ja von oben gekommen und da geht's auch nochmal raus. Ah, verstehe. Boah, die braucht ja ewig. Ich dachte eigentlich, die teleportiert sich jetzt zu mir, aber... Kommt der Weg wirklich gelaufen? Na gut. Na komm, als Mädchen. So. Mal überlegen. Bin ich eigentlich hier schon raus? Gibt's so viele Ausgänge? Okay, irgendwie... Ich weiß nicht, warum, aber... Sie kann nicht galoppieren im Moment. Seht ihr? Diese... Ähm, na, wie heißt denn diese... Wie nennt man die? Oh Gott, jetzt hab ich vergessen, wie wir die Dinger nennen. Auf jeden Fall, diese Symbole sind nicht da. Warum auch immer. Jetzt waren sie da. Okay, da bekommen wir einen Ausblick. Da war ich noch nicht. Da könnte ich ja eigentlich schon runter, ne? Oder? Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt günstig wäre, gerade hier so runter zu gehen. Weil dann... Wie käme ich dann wieder hoch? Das wäre das Problem. Höchstens so irgendwie außenrum. Da würde ich gerne mal gucken, weil wenn nicht, würde ich jetzt die Schreine machen. Oder? Ne, ich glaube, das ist aber jetzt ungünstig. Ich glaube, das wäre jetzt sehr blöd, die zu machen. Ne. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Ne. Das war mal wieder so eine Schnapsidee von mir, aber ich kann trotzdem mal raufkraxeln. Wenn ich jetzt überpack von der Ausdauer her... Ja, das sollte knapp... Ja, nicht knapp, das sollte reichen. Und da ist eine Ziege. Okay. So. Genau da hinten ist nämlich das Schloss. Oh, 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 oh. Ne, ne, ich tue dir nix. Sorry, dass ich in deinem Gewirr eingedrungen bin. Tut mir leid. Oh, das ist ein Schleim gespawnt. Na toll. Ein großer auch noch. Na ja, gib mir Gelee. Passt also. So. Könnte ich da außenrum irgendwie hoch wieder? Kommt die wieder auf mich zu? Nö. Oder? Nö. Sie ist dispawned. Sehr schön. Okay. Ich weiß nicht. Also wenn ich... Käme ich da überhaupt wieder hoch? Dann würde mein Pferd aber auch mich nicht mehr hören. Aber da könnte ich doch dann lang klettern. Oder lang laufen, beziehungsweise. Ne. Ich glaube, das ist gerade sehr ungünstig. Ne. In diese Landschaft werden wir sicherlich noch kommen. Das mache ich jetzt nicht. Aber es gibt wirklich so viel zu erkunden, auch außerhalb der Städte. Schrecklich ist das. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Und das ist dann immer so blöd. Weil ich dann wirklich überlegen muss. Soll ich da jetzt hin? Oder komme ich da überhaupt noch hin? Das ist schrecklich. Naja. Gut. Ich halte mich an dem Plan, den ich eigentlich für diesen Part hatte. Würde ich sagen. Und somit... Habe ich fürs Erste alles in Kakariko. Und es geht erstmal ab nach Hateno. Wieder zurück. Okay. Und auf manchen Wegen kann ich wohl einfach nicht galoppieren. Zum Beispiel hier. Hm. Will sie nicht. Gut. Dann gehen wir raus. Ich muss mal auf die Karte gucken. Okay. Also wenn wir... Diesem Pfad folgen, dann sind wir in Hateno. Ah, ich kann mich sogar ins Institut teleportieren. Ach stimmt ja. Da war ja ein Teleportpunkt. Also muss ich gar nicht hinreiten. Das ist praktisch. Und da könnte ich dann... Äh... Genau. Da kann ich dann Tesla vor dem Taro Nihi Schrein parken. Das machen wir doch. Also in der Nähe, dass sie mich dann auf jeden Fall auch hört. Ich denke, sie wird mich auch hier hören. Aber wir wollen kein Risiko eingehen, weil das Pferd ist taub. Dann kann ich sie hier stehen lassen. Kann das Pferd geklaut werden? Das wäre meine nächste Frage. Ich glaube nicht, aber ich würde es dem Spiel zutrauen. Wo ist der Schrein? Da ist der Schrein. Ja, da kann ich sie hier stehen lassen. Vor dem Haus hier, da finde ich sie auch wieder. Beziehungsweise ich finde sie ja sowieso, weil sie auf der Karte ist. Aber, ne? So. So, mein Schatz. Ich muss dich kurz verlassen. Und dann teleportiere ich mich dorthin. Nicht, dass hier jetzt aber irgendwie eine Pferdediebebande ankommt und dann das Pferd dann stehlen oder umbringen. Dann das Fleisch irgendwie verhökern. Vielleicht zu Lasagne verarbeiten. Naja, wir wissen es nicht. Egal. Ich denke, das wird eher nicht passieren. So, da wären wir am Hateno-Institut. Das ist wirklich sehr praktisch. Und das muss ich mir auf jeden Fall auch angewöhnen, jetzt mit diesen Teleport-Punkten wirklich zu arbeiten. Aber das ist auch recht praktisch. Das ist wirklich sehr praktisch mit diesen Teleport-Punkten. So, jetzt sind wir hier. Und da unten ist Hateno. Und da habe ich eine Kleinigkeit zu erledigen. Ach, schön. Guck mal. Mit dem Floß da. Oh, das ist so schön. Oh, und das sieht auch toll aus. Und da hinten ist schon wieder ein unerledigter Schrein. Und da ist so eine Insel. Und irgendwelche Vögel, Möwen vielleicht. Aber, ja. Ach, guck mal, was ist denn da? Da kann ich nicht mehr sprechen. Was ist denn da unten los, wollte ich sagen. Wow, da geht es aber bergab. Also, da möchte ich jetzt aber hin. Menschenskinder, hier kann man hunderte Stunden verbringen. Hier kann man Jahre verbringen. Hier kann man sein ganzes Leben drin verbringen in diesem Spiel. Menschenskinder. Das ist ja schön. Oh, was haben wir? Na, jetzt habe ich es verscheucht. Einen Fuchs. Brauche ich aber eigentlich nicht. Weder für Foto noch als Fleischquelle. Und da sind Palmen. Und das ist ja schön hier unten. Soll ich mal in diesen Schrein gehen? Das könnte ich eigentlich machen. Weil da komme ich ja relativ bequem hin. Ich muss halt schwimmen, ein Stück. Mensch, ist das schön. Da muss ich ein Bild machen. Das geht ja... Nee, falsch. So. Ich will immer gleich C drücken. Sehr schön. Das speichern wir. Und dann mache ich auch nochmal einen... Switch-Screenshot. Wunderschön ist das hier. Diese Küste und die Möwen. Ich weiß nicht, ob es Möwen sind, aber... Ihr wisst, was ich meine. Huch, was ist denn das für ein... Kann ich damit irgendwas machen mit diesem... Gewächs? Nö. Ist nur Deko. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt? Ach, da ist so ein Okto-Fiech. So ein Okto-Rock, glaube ich. Was haben wir denn hier? Eine Maxi-Muschel. Diese Muschel findet sich zuhauf an sandigen Stränden. Je eiweißreiches Fleisch stärkt dein Körper und füllt deine Herzen über das Maximum hinaus. Sehr schön. Und dem Okto-Rock fliehen wir einfach mal. Verfrüppte uns eigentlich... Nö. Sieht nicht so aus. Aber der kann ganz schön weit... Wie tief ist das Wasser? Das Wasser ist nicht sonderlich tief. Gibt es hier eigentlich Raubfische oder allgemein... Huch, jetzt ist es aber gar nicht mehr so freundlich hier. Jetzt fängt es aber an zu stürmen. Komme ich da überhaupt hin ohne Schifffloß? Was weiß ich? Guck mal, da ist es doch eher strandig. Oh, da müsste ich aber außen rumlaufen. Und da ist auch jemand drauf auf dem Felsen. Nee, ich glaube, das wird noch nichts. Das würde zu lang dauern. Das könnte ich vielleicht mit Pferd machen. Aber da jetzt rumzulaufen... ...würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Nee, da muss ich wirklich nochmal mit Pferd wiederkommen. Das wird so in der Form leider nichts werden, glaube ich. Ich kann mir das auf jeden Fall mal markieren. Das kann ich definitiv machen. Nee, das geht so. Ne? Ich habe schon ewig nicht mehr markiert. Das geht so, genau. Das Fernglas. Und dann kann ich das hier anvisieren. Schön. Und ich würde jetzt sagen, dieses Symbol lasse ich jetzt für Schreine. Genau, das ist jetzt mein Schrein-Symbol. Keine Sterne und auch nichts sonst, sondern das ist das Schrein-Symbol. Und Türme kann ich mir dann als Stern markieren oder sowas. Ja, so kann ich es machen. Es sind gerade übrigens auch 16 Grad und es ist 17.15 Uhr. Interessant. Und das ist auch das Meer von Nikluda. Da ist Tesla, da ist Kakariko und da ist Hateno. Gut. Ich könnte das Stück auch laufen, aber ich teleportiere mich einfach wieder hin, würde ich sagen. Wir sind ja faul. Im Prinzip war das Ganze jetzt umsonst. Aber wir haben den schönen Strand gesehen. Und ich würde sagen, das ist doch auch was wert. Ich glaube sogar, das ist der erste Strand, den wir in diesem Spiel gesehen haben. Da wird eben auch gerade ein sehr interessanter Tipp angezeigt, den ich so auch... Der mir so auch unbekannt war. Nämlich, wenn es blitzt und donnert, soll man metallene Rüstungsteile ausziehen, weil die Blitze anziehen. Gibt auf jeden Fall Sinn. Nur leider ist das Wetter jetzt nicht mehr so toll wie eben. Naja, gut. So, dann geht's weiter. Dann können wir eigentlich mal wieder den Paraglider nehmen, oder? Ja, können wir machen. So, da war diese kleine Ranch hier. Ein Floß. So eine Floßfahrt könnten wir auch machen, aber nicht jetzt. Ich glaube, da geht's auch runter. Da geht's... Oh, wie süß. Und ein Hündchen. Ah, ist das süß. So, jetzt muss ich die Augen offen halten. Da ist auch ein Schrein in der Ferne. Den ich mir auch einfach mal markiere, würde ich sagen. Oder geht das? Na, dann müsste ich aber schon dahin. So, perfekt. Perfekt. Puh, wo geh ich denn wieder lang? So, was ist das für ein Gebäude? Ah ja, das war das. Genau. Ich suche nämlich gerade nach diesem alten Haus, an dem wir waren. Und weil's da ja... Ja. Ne Quest gab. Oder haben wir die sogar? Schon... Da muss ich kurz ins Tagebuch gucken. Schreine, Nebenaufgaben, seltsame Maske, Teleportation, alte Maske, Fehlengewand, Krone. Der andere Forscher, verborgenen Kräfte, Wildfang. Ein... Nee. Hateno-Institut, Institut. Stallruin, 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 Stallruin. Stallruin. So sieht Acala, Stall des Weiles. Nee. Die haben wir noch nicht bekommen. Wo war denn dieses alte Gebäude? Das war relativ außerhalb, glaube ich. Aber da ist ein Schrei, den wir auf jeden Fall machen könnten. Uh, was haben wir denn da? Ach, guck mal. Sind das etwa... Oh, Enten. Oh mein Gott. Die muss ich auf jeden Fall auch fotografieren. Verdammt. Die habe ich verscheucht. Ich habe gerade versucht, mit dem Ding zu zoomen. Aber das hat noch nicht so funktioniert. Warte mal, da kann ich bei der Gelegenheit noch mal gucken. Wie zoome ich? Ach, mit... Ach, mit dem Kreuz. Ach, ich habe das jetzt mit dem Stick gemacht. Okay, da weiß ich es fürs nächste Mal. Also mit dem Steuerkreuz zu mich. Okay. Naja. Was mache ich zuerst? Mache ich den zuerst oder so, wo ich zuerst das Gebäude... Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall zuerst mal den. Dass wir auf jeden Fall schon mal was Produktives in diesem Part geleistet haben. Oh, was ist das denn? Interessant. Das war aber nicht sehr klug. Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob man da drüber laufen kann. Aber das geht nicht. Ach, guck mal. Eine Spurtechse. Habe ich die eigentlich schon? Ne. Hatte ich noch nicht gehabt. Jetzt habe ich es. Die kann ich bei Gelegenheit auch mal mitnehmen. Blau heißt aktiviert, genau. Den habe ich schon aktiviert. Das war ja der. Was ist das denn? Okay, die Häuser sehen aber ziemlich neu aus. Da können wir gleich noch gucken, was es mit denen auf sich hat. Aber zuerst gehen wir in den Miamagana-Schrein. Ab geht's, würde ich sagen. Da wären wir auch schon im Miamagana-Schrein angekommen. Keine Ahnung. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Miamagana. Im Namen der Göttin Hülya solltest du geprüft werden. Miamaganas Apparatur. Ah, okay. Hier geht es um Apparaturen. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Hübsch, dekorativ. Irgendwie so ein bisschen wie so Gehirne. Also ist hier wohl kognitives Denken gefragt. Folge euch einfach mal. So, da ist ein Tor. Was versperrt ist. Okay, da ist Miamagana. Gut, laufe ich mal da lang. Was haben wir denn hier? Da muss wohl eine Kugel rein, denke ich mal. Hm, da geht's nicht weiter. Ja, da ist irgendwas. Wie komme ich da hin? Okay, da ist ein Aufgang. Langsam nervt mich meine Ausdauer auch. Also die will ich auf jeden Fall auch mal verbessern. Aber Herzen will ich halt auch haben. Du brauchst beides. Und das ist, glaube ich, das Problem. Was haben wir denn hier? Kann ich damit vielleicht irgendwie eine Kugel holen? Ah, okay. Das ist doch so ein Kippspiel. Kennt man. Diese Murmelkästen. Okay, da ging's nicht weiter. Uh. Aber das finde ich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das reagiert auch sehr gut. Aber das hat mich jetzt verkackt. Kommt die nächste. Ganz sachte. Ganz sachte. Das ist wirklich fein gefühlt gefragt. Ganz sachte. 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 Komm. Sachte. Verdammt. Vorsicht. Vorsicht. Und ein winziges bisschen. Ganz wenig. Ein sanfter Hauch. Sanfter Hauch. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Millimeter. Komm. Ja. Die erste Windung sozusagen haben wir schon mal geschafft. Oje. Der nächste Teil wird wirklich ätzend. So. Hm. So. Oh. Das war zu viel. Zu viel. Zu viel. Nein. Boah. Ich krieg die Krise. Also ich glaub bei dem Ding werd ich wirklich die Krise kriegen. Wie krieg ich das? Ach so. Und dann so ne? Ja. Ach du Scheiße. Äh. Verdammt. Das war jetzt blöd. Ich glaube das wird einige einige Minuten in Anspruch nehmen. Dieses Spielchen hier. Das. Das Ding dreht sich auch so. Das. Hä? Das dreht sich auch. Ist das so verdreht? Warum ist das so verdreht? Ich halte den Controller normal. Also so. Ganz normal. Und das Ding ist gedreht plötzlich. Kann ich das wieder entdrehen, indem ich den Stick bewege? Oder das Steuerkreuz? Ne. Nö. Okay. Das hat sich jetzt komisch verdreht. Und jetzt seh ich einfach gar nichts mehr. Ich seh. Nicht mehr vernünftig. Wo genau die Kugel ist. Und kann das gar nicht mehr so präzise machen. Ne. Noch ein Stück. 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 Stopp. Das ist zu viel. Ach ich kann das so rumdrehen. Verstehe. Okay. Da ist jetzt wirklich ein winziger Hauch gefragt. Ein winziger Hauch. So. Wo muss es hin? Stopp. Wo muss es hin? Da muss es raus. Oder muss es... Was ist das für ein Teil? Ich roll es mal zu dem Teil. Ne. Hä? Ich dachte das muss zu dem Teil irgendwie. Ne. Weil das muss ich schon rausholen. Ich fang... Da muss ich ja jetzt das komplette Ding verdrehen. Jetzt muss ich den Controller total verdrehen. Meine Güte. Das ist... Hä? Stopp. 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 Das geht doch gar nicht. Der Abstand ist doch viel zu groß. Muss ich das irgendwie von oben machen dann? Beenden B. Ne. Ich will aber nicht beenden. Was hat es mit dem Teil auf sich? Was ist das? Ne. Ne. Stopp. Was ist das? Muss ich denn mit Schwung dagegen? Ne. Was ist das? Das ist eine Schatztruhe. Ach so. Das ist eine normale Truhe. Was ist das Schwarze da hinten? Mein... Gedanke ist jetzt, wie ich das da hinten manövrieren kann. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Warte mal. Ich beende das nochmal. War das von Anfang an so? Das ist so... Ne. Jetzt ist es normal wieder. Okay. Langsam habe ich Übung da drin. Oder muss ich das da... Oder ist das Ding magnetisch? M. Ne. War ja klar. Wäre ja auch viel zu schön gewesen. War ein Versuch wert. Schade auch. Na gut. Was sonst wüsste ich... Ne. Wie soll ich das da rüber bewegen? Jetzt kriege ich nix mehr geschissen. Warte mal. Kann ich das nicht abkürzen? Dass ich das dann gleich... So. War sehr gut. Schade. Ich dachte, ich könnte mir das da ein bisschen erleichtern. Und den einen Schritt überspringen. Irgendwie so. Na? Ja. Das war gar nicht immer so schlecht. So. Äh. Jetzt ist es bei der Droh. Jetzt nutze ich... Das. Diese Gelegenheit, um das wieder so zu drehen. Oder muss ich es doch da irgendwie rein? Nee. 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 Geht ja nicht. Die muss ja schon da irgendwie hin. Ich glaube, das ist aber gar nicht so ein falscher Ansatz, wie ich das mache. Ich muss mal gucken. Dann rollt die hier lang und dann da rein. Ja. 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 Da hab ich mir was ausgesucht, ey. Und das dann irgendwie drüber da hinschnicken, sozusagen. Na, toll. Nein. So, hier rein, bitte. So, danke. Ha. Bin ich nicht gut. Hat's geklappt? Ja. Sehr schön. Ich bin so stolz auf mich. Oh, das war ein ätzendes Ding. Es war nicht so schwer. Aber das halt umzusetzen, war nicht so einfach. Gut. Aber der... Nee, nee, nee. Warte mal. Da ist ja noch die Kiste. Wie komme ich denn jetzt an die Kiste ran? Der würde schon gern wissen, was drin ist. Kann ich da lachen? Irgendwie zur Kiste? Was passiert eigentlich, wenn ich da sterben würde? Nee, da kann ich da ja auch nicht hochspringen. Auch da hab ich schon einen passenden Plan. Kann ich dieses Murmelspielchen nochmal machen? Dann würde ich das nur teilend nach links bewegen, sodass ich da wirklich klettern kann. Darf ich das noch machen? Nee, so weit nicht. So. So vielleicht. Ja, dann bleibt das auch so. Passt das so? Nee, noch ein bisschen weiter nach unten. Äh... Doch, so passt. Oder... Ja, noch ein Stück. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel ist. So... Ja, so ist es zu viel. So vielleicht. Ja, doch. Ich probier's. Was würde passieren, wenn ich sterben würde? Müsste ich dann den kompletten Schrein nochmal machen oder nicht? Das ist die goldene Frage. Ich bin noch nie in einem Schrein gestorben. Oder? Bin ich schon mal in einem Schrein gestorben? Ich glaube, ich bin überhaupt erst... ...ein- oder zweimal gestorben. Auf jeden Fall einmal im letzten Part. Nee, das könnte jetzt aber auch reichen. Ich meine, guck mal. Habt ihr's gesehen? Die Ausdauer war leer. Was passiert jetzt? Achso, ich respawner da. Beziehungsweise, ich bin nicht Game Over, aber ich heil mich auf jeden Fall mal, weil ich hab jetzt keine Lust auf Risiken. Hab ich was Passendes? Ah, die füllen alle so viel auf. Na gut, dann nehm ich das. So, jetzt Ausdauer. Nee, das reicht nicht. Nee. Das muss ich auf jeden Fall noch ein Stück nach unten bewegen. Aber ich will wissen, was in dieser Tour ist. Ich geh nicht ohne diese Tour. Aber guck mal, das ist doch nicht viel, Link. Ja gut, dann bewege ich's noch ein Stück nach unten. Wenn Madame Link das so wünscht, dann machen wir das so. Also Link, echt, die Sommerferien sind vorbei. Und deine Fähigkeiten, na gut, deine Fähigkeiten sind sowieso immer im Urlaub. Wobei nicht immer. Aber oft. So, bewegen wir das Ganze für Mademoiselle noch ein bisschen nach unten. Aber sonst funktioniert's doch gar nicht mehr, wenn ich das zu sehr mache. Komme ich da irgendwie schneller hin? Ja, so halt. Wenn ich's jetzt nicht schaffe, dann lass ich das Ding halt. Das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Geht auf meine Kappe. Daran ist jetzt nicht Link schuld. Nehm ich auf mich. Was? Nein, ich hab doch... Falscher Knopf. Okay. Gut. Da müssen wir jetzt die Äpfel herhalten. Wie einfach ein nach dem anderen reinschubt. Jetzt, Dankeschön. War doch gar nicht so schwer. Ein Isshin-Bogen oder Isshin-Bogen. Traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und zu spannend erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Ich glaub, ich hab doch sogar schon einen davon, oder? Der Text kommt mir doch sehr bekannt vor. Ja, ich hab schon einen. So toll war das jetzt nicht. Werf ich mal das weg. Okay. Na gut. Das war so klar, dass da jetzt irgendein Crap drin ist, den ich schon hab. Na gut. Jetzt ist natürlich noch die Sache, dass ich auch noch rüberkommen muss. Äh, das war nicht so optimal. Oh, na toll. Was hab ich da nun wieder angerichtet? Ne. Das wird so nichts. Da brauch ich wirklich Anlauf. Nee, 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 nee. Da brauch ich wirklich viel Anlauf. So. Wieso komm ich da nicht mehr rüber? Was ist das bitte? Ich muss mich definitiv heilen. Ja. Ich hab ja noch eine Fee, aber die will ich jetzt auf jeden Fall nicht für so einen Blödsinn verschwenden. Ich verschwende meinen gesamten Probiant. Ich glaub's nicht. Wieso greift er nicht? Wahrscheinlich wegen dem Parasegel. Aber, hä? Oh, das ist so typisch. Jetzt hab ich das Scheißding gelöst. Wieso aktiviert das den Parasegel? Das will ich doch gar nicht. So, dankeschön. Okay, gut. Vergessen wir das schnell. Wir sind lebend auf der anderen Seite. Das ist das Einzige, was zählt. Ich hab wegen nichts und wieder nichts fürchterlich viel Essen verschwendet, aber okay. Ist gut. Passiert. Ja, komm. Gib mir das Zeichen der Bewährung und nichts für raus hier. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Gut. Zeichen der Bewährung. Yay, perfekt. Und damit sind wir jetzt bei zwei. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und tschüss. Schönen Tag noch. Ah, okay. Das ist auch sehr hilfreich, denke ich. Wenn dein Pferd steht, halte ZL gedrückt und bewege L, um es kleine Schritte machen zu lassen. Wenn es Angst hat oder es enge Passagen gibt, dann läuft es auch so. Okay. Sehr schön. Danke für den Tipp. Wir haben mit Ach und Krach den Schrein gemeistert. Mit vielen Fails. Aber okay. Ist okay. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Parts angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.